Liebe Sabine, jetzt bin ich in der Schweiz. Hier ist es fantastisch. Der Himmel ist blau und die Sonne scheint. Es ist warm, aber ich bade nicht. Das Wasser ist zu kalt. Ich schwimme gern, aber nicht bei zwölf Grad. Ich wandere gern in den Bergen und heute sogar zusammen mit Stephanie. Sie ist 16 und kommt aus Österreich. Sie wohnt in Salzburg und ich kann sie da besuchen, wenn ich will. Auf dem Weg bergauf sahen wir viele Murmeltiere. Du siehst ein Murmeltier auf dem Foto. Bis bald, deine Jutta.